3, 2, 1, los! Ich hab schon angefangen, hehehe! Ja, da sind wir wieder. Und er hat schon angefangen, hehehe! Ja. Äh... Ups. Hell, dunkel, hell, dunkel, tot, leben, tot, leben! Bist du ne Schleimstatue? Ja, du bist ne Schleimstatue. Vielleicht tun ja die Statuen inzwischen irgendwas Sinnvolles. Also ich bau die auf jeden Fall immer in der Nähe von unseren Häusern hin. Ja. Egal, ob die was bringen oder nicht. Ich will die trotzdem bei meinen Häusern haben. Ich erinnere mich. Hm. Äh... Mörderisch. Mörderisch. Diese Behausung ist geignet. Diese Behausung ist geignet. All unsere Behausung sind geignet. Da brauchst du gar keine Stühle für. Ja, gut. Oh, das ist keine zulässige Behausung. Steht aber nicht einfach so nach draußen klick. Mit rechts klick. Äh, wieso dürfen die nicht unter freiem Himmel schlafen? Das ist ja kein Penner. Vorher haben sie auch immer unter freiem Himmel geschlafen. Ist ja noch besser als hier das nervige in meinem Kopf. Du kannst hier nicht schlafen. Es ist nacht... Äh, es ist Tag. Es ist Nacht. Du darfst nicht schlafen. Es ist... Es ist zwar stockfinster, aber es ist Tag. So lange nervt das Auge hier nicht schlafen. So lange nervt das Auge jemals. Okay. Wenn die Schleims jemals hier reinspringen, bin ich tot. Solange sie außen bleiben, habe ich noch Überlebenschancen. Sagen wir mal, wie viele Schleims kommen da gerade an? Vier? Mehr? Das geht ja nicht. Zwei? Fünf, acht. Und zwei habe ich gerade getötet, dann waren das gerade wohl... Vier. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Ja. Und das... Und wie viele gibt es inzwischen? 649. Aber wenn es rauskommt, vielleicht sogar noch mehr. Ich würde gerne mal hier unter Wasser sehen können. Oh. Ich würde gerne unter Wasser sehen können. Ich würde gerne unter Wasser atmen können. Ich würde gerne... Äh... Geld verdienen, indem ich nichts tue. Äh... Hm. Hartz IV. Ja. Lebe in Deutschland, dann verdient zu Geld, indem du nichts tust. So, und jetzt haben wir Deutschland mal wieder schöne Leute ins Land gebracht. Ja. Und... Schöne, nette Leute, die auch nichts für ihr Geld tun können. Und so. Oh, ich liebe diese Seile. Aber irgendwie verbraucht man die doch mehr, als ich gedacht habe. Ich brauche keine Seile. Ich gehe einfach hoch an die Wand. Und... Ja. Ja. Vielleicht sollte ich zwischendurch mal hochkommen und mir, bevor ich jetzt noch weiter tiefer in die Höhle reingehe, ein paar Items schnappen. Wie zum Beispiel diese Kletterhandschuhe. Oder ein Schwert. Schwert. Das wird nur noch härter. BSC. Das müsste man mal machen. Terraria durchspielen und die ganze Zeit kein Schwert benutzen. Geht nicht, oder? Doch. Man kann nur mit Bogen spielen. Man kann auch GTA durchspielen, ohne eine Waffe zu benutzen, die tötet. Man kann das Ganze nur mit Tränengras, Schlagstöcken und Elektroschockern durchspielen. Die müssen dann aber auch von Anfang an da sein, oder nicht? Ja, man kann ja am Anfang erst versuchen, mit Faust alles zu regeln. Jetzt sag nicht, mir ist mein Holz ausgegangen. Hier ist dein Holz ausgegangen. Nein, das hat's gemacht. Hier ist mein Holz ausgegangen. Nein. Gut, dann geh ich damit jetzt raus. Das sollte ich gerade sagen, oder nicht? Ja. Und abwärts. Ich hab noch 446 Holz, ne? Weiß schon, ne? Kannst du mir ein bisschen was abgeben? Wenn du zahlst? Du kriegst vielleicht ein bisschen Zinn von mir ab. Oder was auch immer jetzt Zinn ist. Ich will kein Geld. Ich hätte dir auch keins gegeben. Ja, ich weiß. Weißt du, ich glaub, ich denk mir grad so, oh nein, mir gehen gleich die Seile aus. Guck mal, ich guck's ins Inventar, ich hab noch genug von den einzelnen Seilen, um mir 18 Stück zu coaften. Und ich versuche immer noch hier hochzukommen. Mhm. In mein Haus. Na gut, noch eins. Das hat an der Wand gehen, ist voll cool. Ja. Das kannst du gar nicht beurteilen. Doch. Nein. Doch. Das hast du gar nicht gesehen. Ja, und? Ich find das cool, du nicht. Mir ist scheißegal. Hä? Ach. Komm her. Gelber Schleim. Komm her. Lass dich knütteln. Ah, schleimi. Tot. Scheißig. Voll. Okay, ich baue mir, glaub ich, oben ein Zimmer. Und unten baue ich die ganzen Kisten. Also bei mir kommt jetzt erstmal in die erste untere Etage mein Crafting-Gebiet. Da drüber kommen dann nach und nach die Leute rein. Du denkst jetzt schon an solche Sachen? Ja. Willst du etwa alle Leute bei dir haben, oder wie? Nein. Willst du all meine Freunde stehlen? Nein. Wie kommst du denn auf die Idee? Verdammt, der hat's ja rausgefunden. Fisch. Kasse Fisch. Äh, jetzt hier im Spiel oder in echt? In echt. Schmeckt der nicht? Nein. Ich mag Fisch nicht, wenn er gebraten oder gekocht ist. Als Fischstäbchen magst du den wahrscheinlich. Äh, ja, das ist eine Ausnahme. Ich weiß nicht. Frittierten Fisch mag ich, aber ich mag ihn weder gebraten noch gekocht. Ich mag ihn eigentlich nur geräuchert, roh und halt als, ja, frittiert. Und wenn er geht. Dann magst du den auch. Mh, 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 mh. Was ist in meiner Erinnerung? Ich geh wieder. Bin's nicht, die Vorling? Ich baue jetzt eine unterirdische Zivilisation auf. Und eines Tages grabe ich mich unter dein Haus, spreng alles in die Luft und demonstriere dir mal die coolen Physik, die mit dem übernächsten Update eingefügt werden, hoffentlich. Okay, und dann zeige ich dir, wie es so prächtig gemacht wird und brenne dein Haus ab. Wenn's dann irgendwann mal möglich wird. Meine unterirdische Zivilisation? Willst du abbrennen? Wenn da Holz ist, dann dreidig. Okay. Sonst kriege ich da Öl hin, dann klappt das auf. Wofür braucht man eine rosa Vase? Äh, Dekoration. Scheiß Dekoration. Banause. Ich bin kein Banause. Ich hab immerhin einen schönen Anzug an, im Gegensatz zu dir. Ach ja, wer hatte denn in der anderen Welt mal eben sein Smoking mit Samtszylinder? Wer hatte denn das Furzkissen, das das seltenste Item war? Zumindestens eins der seltensten Items. Du hast gesagt, das hätte die seltenste Dropchance. Es hat sehr seltene Dropchance und ich hatte es noch nie gefunden. Ja, siehste. Ja. Und ich hab's einfach mal so gefunden. So. Dort ist noch eins. Äh, willst du diesen Regenhelm? Äh, den mit dem Regenschirm? Ja. Gerne. Fällt mir ein. Ich kann jetzt ja mal ganz kurz meinen tollen Regenschirm dir und deinen Zuschauern präsentieren. Moment. Tada. Ich muss aus meinem Horst kommen. Hui. Tada, ich seh überhaupt nix. Ja. Hui. Oh, wie cool ich aussehe. Ja. Sieht wirklich cool aus. Äh, warte hier. Und guck mal, ich hätte keinen. Hui. Äh, shit. Da hätte ich dann weggemusst. Krieg ich bitte die... Das sieht bei mir ein bisschen arg merkwürdig aus, finde ich. Hast du halt... Siehst du halt? Ja. Hau da einfach gegen und flieh dann hoch. Äh... Cool, ne? Ja. Ähm... Soll ich dir das geben? Ja, bitte. Dann brauchen wir auch nicht mehr diese Teile hier. An deinem Haus. Ey, lässt du die fertigst da? Nö, hab ich ja auf der anderen Seite auch weggemacht. Die haben einen dekorativen Zweck. Danke. Ein Haus mit Örnern. So. Aber ich hab auch... Das Zeugs. Das Zeugs. Und das Zeugs. Das wären dann alle Metalle, die ich gefunden hab. Was kann ich mir aus dem Zinn machen? Eine Zinnuhr. Ein Zinn-Kronleuchter. Zinn. Äh. Okay, ist stärker als die Kupferrüstung, immerhin. Einen Topaz-Stab. Dafür bräuchte ich mehr Topaze. Mehr Topaze. Ja, aber dann hätten wir auch mal unsere erste Magie-Waffe. Einen Zinn-Bogen. Zinn-Kurzschwert. Äh, der Gold verschut einem gar nichts. Tut er auch nicht. Warum hast du das nicht gesagt? Langsten. Einen Hammer. Einen Axt. Also, ja. Standardsachen halt. Bogen. Äh, wie macht man noch mal ein Bad? Hm? Wie macht man noch ein Bad? Wo kriegt man den Loom her? Äh. Tipp her, ich mach gleich. Nö, ich will ja selber machen, damit ich das auch mal lerne. Okay. Moment, ich stütze mich mal kurz neu ab. Also, du brauchst... Nimm mal ein Barschwein. Äh, nein. Erstmal musst du dir ein Sägewerk bauen. Oder Sägemühle, ich weiß nicht, wie es heißt. Dafür brauchst du Holz- und Eisenketten. Holz- und Eisenketten? Ja. Eisenketten könnte ich mehr machen. Ja. Äh. Hier. Iron Anvil. Und das kommt unten. Weißt du, ich sag extra noch. Unten kommt mein Crafting-Gebiet hin. Und dann baue ich hier oben alles auf. Ähm. Wie viel, äh... Eisenketten braue ich denn? Zwei oder drei. Ich hab zehn Stück. Ja. Und Holz. Und Holz. Moment, Mo, du hast zehn Eisenketten? Ja. Ähm. Darf ich erwähnen, dass du gerade leicht Geld verschwendet hast? Ich hab die selber aus Eisen gemacht. Meine ich doch. Hast halt leicht Eisen verschwendet. Ich hab nur einmal Eisen, äh, gemacht. Ich hatte nur ein Eisen. Und daraus hast du zehn? Ja. Okay. Die sind eindeutig inzwischen wesentlich einfacher herzustellen. Aber ich kann immer noch nicht das Ding jetzt herstellen. Also ich glaub, das hat einen anderen... ...Ding im Tipp. Es gibt Eisentüren. Wie geil. Auch keine Eisentür. Ah. Ich brauch endlich so ein Lob. Ich hoffe, du, dünes Hemd, bist nicht das Einzige, was zwischen Couture und Auge und uns steht. Okay. Ich, dünes Hemd. Ich hab mehr an als du, du alter Sack. Was ist ein Direkt? Wird verwendet, um Farbstoffe kraft. Okay. Ach. Wird verwendet, um Farbstoffe kraft. Ich hab mir jetzt versehentlich im Drüberseppen ein Eisen-Kurzschwert gecraftet. Okay. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Ich kann nicht so etwas, wenn es schlimm wäre. Ja. Dann hast du halt eins. Ketten haben eigentlich... Sind genauso wie... Ja, das ist terrible. Hallo? Das macht genauso viel Schaden... Das macht genauso viel Schaden wie mein Holzschwert. Die Aufnahme ist schon wieder vorbei. Oh. Ich guck mal eben... Nach der Aufnahme, die wir als erstes gemacht haben... und in 126 Minuten ist die G redes Kepo Debbie... Und in 126 Minuten ist die G Pyro. Und in 126 Minuten ist die G fatal.